Guten Tag, mein Name ist Thomas Bauer, ich bin Vorstand der PaxSynergy. PaxSynergy ist der Verbund freier, selbstständiger Unternehmen aus den Bereichen Verpackungsgroßhandel und Logistik. Unsere Mitglieder nutzen internationale Einkaufsquellen und das europaweite Vertriebsnetzwerk. Wir schaffen die Synergien nicht nur bei Einkauf und Vertrieb, sondern auch in den Bereichen Know-how und Wissenstransfer. Das bringt entscheidende Vorteile zu unseren Mitgliedern und deren Kunden. Hubert Gästen V Somal Graf Frau Bis zum nächsten Mal.